Erkenntnisse aus dem täglichen Win-Win-Marketing-Team. Wenn ich wütend bin, dann habe ich Angst vor einer Sache oder vor einer Person und projiziere das auch nacheinander. Und das ist eine super wichtige Erkenntnis, die ich für mich gemerkt habe, dass Wut nicht unbedingt bedeutet, dass der Gegenüber einfach nur ein Arschloch ist, der mir irgendwas antun will, sondern es ist oftmals einfach nur eine Emotion, die aus einer Angst entsteht, dass der andere mich nicht wertgeschätzt hat oder dass ich Angst habe, von ihm irgendwie blamiert zu werden. Wir haben ja die sechs verschiedene Grundängste. Da gibt es übrigens ein geiles Hörbuch so auf YouTube. Kannst du mal suchen. Die sechs verschiedenen Grundängste. Und da kann man genau sehen, vor was wir alles Angst haben und was das für Ursachen hat. Und demzufolge ist Wut eine Emotion, die erstens alles kaputt macht, was wir vorher vielleicht aufgebaut haben, aber es ist auch eine Emotion, die auf Angst beruht. Und hier ist wichtig für sich selbst zu verstehen, dass wenn Wut in uns ausgelöst wurde, dass wir dann meistens einfach nur Angst haben. Und bevor wir diese Wut auf jemanden produzieren oder projekte zielen, sollten wir vielleicht erst mal darüber nachdenken, wie die entstanden ist und wie wir gegen diese Angst vorgehen können. Gerade in den letzten Jahren der Krisen wurde eine bestimmte Erkenntnis immer größer für mich und ich habe sie inzwischen auch in mein Leben, nicht nur in mein Business, sondern an mein Leben integriert. Regeln sind generell gut, aber nicht immer korrekt. Und oftmals werden sie durch Interessenskonflikte ausgespielt. Und da kann man viel Richtung Politik gucken, da kann man aber auch viel in die Business-Richtung gucken. Und gerade, wenn sich eine Gesellschaft in eine sehr komische Richtung ändert, ich nehme jetzt bewusst keine Beispiele, damit das Video weiterhin online bleibt, in den Mund, sondern sage einfach, manchmal geht eine Gesellschaft oder ein System in eine komische Richtung und die Regeln werden dazu benutzt, nicht in Ordnung, also Sachen umzusetzen, die nicht in Ordnung sind. Und da musst du für dich ja häufigmals gucken, sind Regeln, ist diese Regel wirklich positiv, ist die sinnvoll oder wirst du in deiner Selbstverwirklichung, in deinem Business, in deiner Persönlichkeitsentwicklung oder in dem, was du machst, was vielleicht super gut ist, eingeschränkt. Und hier ist wichtiger denn je, auf die eigene Weisheit zu hören, anstatt einfach nur blind die Regeln zu behorfen. Eine super wichtige und geile Erkenntnis, die ich mit dir gerne teilen möchte, ist, umso mehr ich Zeit verbringe mit Dingen, die mir Spaß machen, die wertvoll für mich sind, umso sinnvoller wird mein Leben auf einmal. Ich habe in den letzten 10, 15 Jahren immer mal wieder bemerkt, dass das Leben sich auch mal sinnlos anfühlt. Aber meistens ist es nicht deswegen so, weil ich gerade etwas Sinnloses mache oder das, was ich mache, nicht funktioniert. Manchmal funktioniert einfach alles super und eigentlich geht es mir, meinem Business, meiner Familie, allen gut und trotzdem fühlt sich das Leben irgendwie sinnlos an. Und das lag fast immer daran, dass ich zu wenig Spaß hatte, dass ich zu wenig Sachen gemacht habe, die mir selber Spaß machen. Und das hat natürlich dann auch Ausbrücke auf alles andere in meinem Leben. Und da solltest du dir vielleicht auch selbst fragen, Fühlt sich das Leben gerade aktuell ein bisschen sinnlos an? Und wenn ja, machst du vielleicht zu wenig Sachen, die dir Spaß machen, die deinem Leben einen Sinn ergeben? Manchmal ist es nicht unbedingt etwas Sinnvolles. Ich mache auch total viele absurde Sachen. Aber allein dadurch, dass die mir Spaß machen und ich Freude am Leben habe und Freude an diesen Sachen habe, geht es mir einfach gut und dadurch fühlt sich das ganze Leben wieder sinnvoller an. Und dann geht es mir einfach weiter.